Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 164. Folge hier im Rotsteinpark, zusammen mit Josef bei unserer neuen Attraktion. Was haben wir denn hier, cooles Josef? Wir haben hier ein Delfin-Ride, das heißt ihr könnt auf einem Delfin reiten, der Delfin kann springen und später wird es sein, dass ihr irgendwas machen könnt, damit der Delfin springt. Also ihr werdet einen Rechtsklick machen und dann zack, springt der Delfin. Ja, mega cool, mega, mega cool gemacht. Wir sind hier fleißig vorangekommen. Josef hat hier die ganze Technik zusammengefüftelt in der letzten Folge. Sehr, sehr cool, schaut euch das unbedingt an. Und ich war in der Zwischenzeit nicht untätig, habe hier einmal mit Holz ganz, ganz viele Barrieren ringsherum gesetzt, sodass wir jetzt hier diesen Bergeimer rausgezogen haben bis hier vorne und die Idee ist letztendlich die, dass man hier durch unseren Tunnelsystem, was wir schon gebaut haben, so weit vorgeht, dass wir hier in den Berg unten drunter reinkommen und von hier dann im nächsten Zug entweder Breaking Ice ansteuern können oder durch den unterirdischen Tunnel zu unserem neuen Delfin-Game gehen können. Was heute auf der To-Do-Liste steht, ist ein wenig der Design- und Denkprozess beim Delfin-Game, denn es ist einiges zu beachten und das wollen wir heute machen. Und zwar ist es so, dass ihr beim Einsteigen natürlich irgendwie an die Delfine rankommen müsst. Das funktioniert, wenn ihr da reinschwimmen müsst, nicht so schön, wie das in so einem Freizeitpark typisch ist, sondern Josef wird die Delfine näher zum Spieler ranfahren lassen und dafür müssen wir jetzt einmal die Plattform bauen beziehungsweise einmal den Kreis setzen. Josef, hier, das war die Mitte der Command-Block, ne? Ja, ich habe eine richtig bescheuerte Idee, was man vielleicht für die ganze Zukunft wäre. Und zwar, du kennst ja die Flipper-Automaten, ne? Ja. Ich hätte überlegt, ob man eventuell sowas mal hier in den Freizeitpark einbaut. In natürlich groß und entweder der Spieler sitzt dann quasi auf der Kugel, was so ein bisschen meine Idee ist, dass der Spieler auf der Kugel sitzt und er kann leicht die Fallrichtung der Kugelsteuern beeinflussen und er muss dann versuchen, auf diese Pinnacle, die da einen hochschießen, zu steuern, ne? Ja. Und die Idee, die ich gerade habe, ist, dass die Kugel ein Delfin ist und das ist dann der Flipper-Flipper. Oh, gemein, aber süß. Ja, finde ich cool. Hört sich cool an. Und nur für das Wortspiel. Naja, vielleicht, egal. So, auf jeden Fall, genau. Kreis, es kann einen inneren Kreis geben und einen äußeren Kreis geben. Wir können da mal ganz kurz gucken gegen Janus. Bis auf, der fliegt jetzt oder der fährt hier auf einer Bahn von 16. Ich kann die Bahn mal auf 10 reduzieren. Das wäre dann quasi die ideale Einstiegsbahn. Du siehst mich wie... Äh, Janus? Ja? Das ist schön, was du da baust, aber falsch. Warum willst du es so eng bauen? Ich hätte gedacht, ich würde das so machen, wie du es gerade hattest. Aber trotzdem gucke ich dir das an und finde den Fehler. Ich hatte extra gefragt, ob das der Command-Block war. Da hast du gesagt, ja. Ich dachte nur, der rote Wolle-Block ist die Mitte. Na, okay. Ja, ist alles gut. Dann müssen wir es in die Richtung bauen. Das ist ja nicht schlimm. 5, 6 und dann hier. 1, 2. 1, 2. Dann bauen wir es hier einmal kurz entlang. Das ist ja jetzt nicht die Problematik. 1, 2, 3. 1, 2. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier schon mal die richtige Richtung gebaut. Dann müsstest du bloß mit der Technik, Josef, etwas nach unten. Ach, machen wir nachher. Was du wichtig machst, ist folgendes. Wir machen zwei Einstiegspunkte, werde ich vorgeschlagen. Und zwar eine hier und eine dort. Und da kannst du nämlich hier mittig quasi den Eingang in den Tunnel bauen. Was schön symmetrisch ist. Ja, das ist kein Problem. Den Tunnel machen wir dann drei Blöcke breit und dann passt das. Das sollte kein Problem sein. Hier ist dann quasi die Treppe, die später in den Tunnel runter geht. Dass die schön so hier in der Mitte dieses Spiels rauskommt. Ja, ja. Schauen wir mal, wie wir das machen. Da kriege ich aber schon was. Ich will eine mittige Treppe. Ich will Symmetrie. Ja, ja. Kriegst du auch. Ich will auf jeden Fall auch Symmetrie. Sonst kotze ich. Da kannst du die ganze Insel natürlich jetzt anpassen. Ich kenn dich, aber... Ja, ich würde den Delfin aber gleich durchaus... Also das ist jetzt der Punkt, wo die Delfine landen. Und dann setzen wir den Delfin nach außen. Und dann fährt er da wieder weiter, ne? Also der Delfin fährt normalerweise... Nein, nicht 166. Er fährt normalerweise auf dieser Richtung hier. Ja, find ich ganz gut. Dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir den Ride für euch noch ein bisschen Wasser bauen können. Eine gute Möglichkeit wäre halt tatsächlich diese... Ein Korallenriff so ein bisschen natürlich wäre lustig. Also wenn wir hier Korallen arbeiten... Ja, ist halt die Frage, das wäre was für ein Livestream sowas. Das müsste man dann halt wirklich richtig schön bauen. Es würde sich auch noch ein Tauchgame und ein Elytragame gewünscht. Elytragame finde ich schwer. Ja, wobei ich da tatsächlich auch eine mögliche Idee hätte. Du fliegst durch verschiedene Ringe durch, wie bei anderen Flugspielen. Und musst die dann halt aktivieren. Meine Idee ist, glaube ich, noch ganz interessanter. Und zwar würde ich unterirdisch den Elytra-Ride vielleicht bauen. Denn dann können wir garantieren, dass der Spieler nicht... Also oberirdisch wird das schwieriger. Ich hätte vorgeschlagen, dass wir unterirdisch einen bauen. Dass wir wirklich eine riesengroße Fläche machen. Und dann könnte ich auch versuchen, Booster-Ringe zu bauen. Aber ich weiß nicht, ob ich den Spieler so... Unterirdisch müssen wir halt so brutal, also wirklich brutalst viel wegbuddeln. Ja, aber meine Idee ist, dass wir eine Art Höhlenride bauen. Auch da eine Anlehnung an ein Zelda-Spiel. Ich weiß nicht, liebe Zuschauer von Janus. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Zelda Tree Light Princess kennt. Es gibt bei Zelda Tree Light Princess eine Stelle. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr diese Stelle wiedererkennt. Wo man von diesem ausgetrockneten See, Hyrule, kann man mit so einer Art Flugdrachen eine Schlucht nach oben fliegen. So eine Art Fluss nach oben fliegen, der in der Schlucht ist. Und genau dieses Game hatte ich mir überlegt nachzubauen. Dass man quasi innerhalb dieser Schlucht fliegt. Sobald man die Wände berührt, hat man verloren. Dann wird wieder zurück teleportiert. Und man muss dann so ganz enge Passagen... Das heißt, wir machen das nicht mit Ringen, Janus. Sondern der Spieler muss durch eine Schlucht fliegen. Er darf nicht Tempo verlieren. Und er darf weder Boden, noch Wand, noch Decke berühren. Wir könnten ja beides machen. Also meine Idee, Josef, wie wir das steuern könnten, wäre, dass man das wirklich machen muss. Eine Elytra. Eine Elytra. Wenn du mit der Elytra fliegst, und wenn du es nicht schaffst, ein Ring zu passieren, dann kriegst du keine neuen Elytren. Ja, kriegst du kein neues Feuerwerk. Genau, also kein Feuerwerk. Und dann ist es so, dass du sozusagen nicht mehr weiter vorankommst. Ja, das können wir natürlich noch in das Spiel mit integrieren, dass die quasi Feuerwerk sind. Aber das würde ich sonst bei meinem ... Ich würde so die Elytra-Game gerne über den ganzen Freizeitpark bauen, wenn der irgendwann mal zum Schluss fertig ist, Josef. Ich glaube, dass das ultra genial wäre, wenn man dann so eine Flug-Game hat, was wirklich über den ganzen Park geht. Dann kannst du den schön von oben erkunden, hast überall so Ballons hängen mit den Teilen, und dann musst du da durchfliegen. Okay, einverstanden, Janus. Dann würde ich aber auch noch eine Funktion einbauen, dass wir quasi eine Art kleine grüne Linie in die Luft zeichnen, indem wir quasi ein Amor-Stand, die Strecke, einmal abfahren lassen. Und er zeichnet eine grüne Linie, wo der Spieler dann hinterher fliegen muss. Ja, das hört sich gut an. Das finde ich cool. Das können wir doch mal irgendwann auf die Liste setzen. Ja, ich mache das wahrscheinlich mit Wegpunkten. Und wenn der Spieler von diesem Weg abweicht, wird er automatisch wegteleportiert damit. Kein Ärger. Aber das überlege ich mir mal. Obwohl ich diese unterirdischen Elytraite durch so eine Höhlenschlucht, die man fliegen muss, und wir machen wirklich eine riesige Schlucht, schon geil finde. Kann man beides machen, das ist ja kein Ding. Ja. Das finde ich gut. Dann haben wir ja hier schon mal ein paar coole Ideen. Weil dann hast du einmal so eine richtig enge, schnelle Ride, und dann hast du einmal eine, wo du den Park wirklich auch so ein bisschen erkunden kannst. Mhm. Finde ich alles nicht schlecht. Und da kann man einiges mit machen. Gut. Also, wir haben jetzt hier einiges an Sand. Was ich auch noch mal überlegt habe, was auch noch eine witzige Idee wäre. Und zwar von unserem Berg, den wir jetzt hier haben. Ja. Ich weiß nicht, wie ich den Spieler da hinkriege. Das werde ich vielleicht auch mal ein bisschen probieren. Ob wir da so eine Art Seil runter machen. Und man kann sich ja dann da drauf legen, so in der Art. Guck mal, ob ich den Spieler irgendwie in die Schwimmanimation forsten kann. Und das sieht dann so aus, als ob er da dann runtergleitet. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Ich bin gerade mal beim Überlegen, wie wir das hier bauen, Leute. Ich hätte, glaube ich, eine ganz lustige Idee. Damit haben wir auch noch nicht viel gearbeitet. Wenn wir so eine Art wirklich offene Insel machen, da kein Fahrgeschäft in dem Sinne, im klassischen Sinne, draus bauen. Sondern so eine Beach-Strandbau oder irgendwie sowas. Die wirklich komplett offen ist. Dann setzen wir hier in der Mitte irgendwie noch ein paar Palmen und sowas hin. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Die können wir ja selber mal designen. Die müsste ich mir dann noch mal wirklich genau überlegen, wie man das macht. Aber, Josef. Janus. Was hältst du? Mal ganz kurz zum Eingangsbereich des Freizeitpacks. Ja, ich habe auch noch eine coole Idee fürs Design gleich. Die können wir gleich klären, wenn wir da sind. Warte mal. Ich setze die mal kurz hier hin. Zack, zack, zack. So. Ich bin da im Eingangsbereich, ja. Mal hellblau baue ich hier was. Und zwar, meine Idee ist es für später, das hellblau, was du hier siehst, ist, dass das ein Parkplan wird. Und zwar, dass wir den häufig irgendwo aufstellen. Du meinst den großen? Ja, den richtig großen. Ja, da müssen wir uns mal überlegen, wo wir das hier genau machen. Das hatte ich auch als Plan. Ja, wir sollten uns für eine, was ich hier nämlich machen möchte, ist, dass wir uns schon mal für eine Vorlage einigen. Also für eine Größe, ein Größenverhältnis einigen. Mhm. Ja, es gibt. Da hätte ich das jetzt vorgeschlagen. Die würde ich an allen großen Punkten machen. Also hier eins. Ja, zwei würde ich zum Beispiel auf dem Plateau nicht machen. Ja, beziehungsweise, nee, beim Plateau würde ich es vielleicht so machen, Janus, dass wir für überall, wo der Weg beginnt, vom Plateau aus. Aber dafür habe ich die hier, Josef. Die ganz kleinen. Komm mal. Ja, aber die kriegen wir nicht besser hin. Wie gesagt, finde ich aber nicht schlimm. Da hast du ja schon mal erstmal so einen groben Überblick. Ja, aber ich würde immer quasi dort, wo der Weg groß beginnt. Also zum Beispiel, ja, ja, finde ich gut. Aber zum Beispiel bei Plateau würde ich es so machen, dass überall, wo der Rundweg beginnt, also wo man quasi losgeht, dass ich da einmal einen großen Parkplan mache, wo es beschriftet ist. Ja, dann müssen, lass uns da nochmal zusammensetzen, weil da müssen wir auf jeden Fall nochmal überlegen, wie wir das auch designtechnisch einbauen, ohne dass es so ein Riesenklotz ist, der da in der Landschaft steht. Ja, wobei ich es schon cool finde, ist, wenn wir da... Ja, von der Größe ist es okay, aber da könnten wir es zum Beispiel bauen, aber da kommt ja noch viel mehr drum sozusagen, was man dann bauen muss, damit es irgendwie gut eingefasst ist. Ja, ansonsten kann man die halt auch in der Höhle verstecken. Wir werden die nicht überall haben, aber ich möchte natürlich so einen Riesenparkplan gerne haben. Ja, auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Mhm. Gut, können wir aber zum späteren Zeitpunkt machen. Das ist ja jetzt nichts, was eilt, nenne ich das mal. Dann komm mal kurz zu mir, Josef, damit würde ich die Design-Idee absprechen. Jo. Also meine Idee wäre, dass ich jetzt hier mit Junglewood arbeite und hier überall an allen Punkten, die hier sind, ja so Palmenmacher, die so leicht nach außen gewölbt sind. Okay. Und dann würde ich da Coco-Beans dranhängen, weil das sieht eigentlich am coolsten aus. Ja, finde ich gut, finde ich sehr geil. Dann haben wir so eine Art richtige Insel, die wir hinsetzen. Ja, das wird dann eher wie eine Insel aussehen, so eine Mischung aus Strand und Insel. Ja, geil. Strand, Insel, so. Dass man dann irgendwie hier so anfängt, zufällig so, ja, so ein paar Palmen zu machen, die hier so ein bisschen so, ja, die hier so rausragen, so. Gefällt mir gut. Dass man hier einfach so ein bisschen die hinsetzt. Und dann kannst du, ich meine, schaffst du es auf diese Insel, so ein kleines Häuschen hinzusetzen, so eine Art kleine Strandhütte hinzusetzen, wie man es halt bei vielen Inseln hat, aus der man dann rauskommt? Das ist halt die Frage ein bisschen, wie man dann, äh, ich nenn's mal den ... Steg. Du brauchst einen Steg. Das hier wird alles ein Steg. Das wird jetzt hier alles mit Wasser unten geflutet nachher. Ja, aber die Idee ist quasi, dass du dann zu dem Einstieg der beiden Punkte einen Steg baust von der Insel aus. Also quasi, hier machst du, du machst ein kleines Häuschen in die Mitte der Insel, so ein richtiges Strandhäuschen, was ein Beachhäuschen aussieht. In diesem Häuschen kommt man dann, da hast du dann der unterirdische Eingang zum Tunnel. Und an den zwei Punkten, wo man ein- und aussteigt in das Wahlgeschäft, das markiere ich mal kurz mit Gold, das wäre mal dieser Punkt. Ja. Und dieser Punkt hier. Dahin baust du so einen kleinen Steg, dass man da dann, dass der Spieler immer da hinlaufen kann. Ja. So, ich guck mal kurz was. Wir nehmen uns jetzt mal die Jungle Leaves und gucken mal, wie das aussieht. Dann nehm ich immer noch die Coco Beans. Oh. Da wurde nicht verklickt. Und da ist der Josef runtergeflogen. Ne, ich hab mich verklickt. Okay. So, dann komm noch mal drauf. Nur damit wir es hier einmal, ja vom Design mal so ein bisschen nochmal ergänzen können. Aber dass man hier wirklich so, ja, Palmen in dem Stil irgendwie so setzt, die dann hier wirklich einmal rumgehen. Dann setzt man hier so überall, ja, Coco Beans hin, die hier schön wachsen. Ich glaube, das könnte so ganz cool aussehen, Josef. Wenn ich das jetzt hier einmal so um die Insel ein bisschen weiter baue und setze. Ich glaube, das wird ganz lustig so. Jetzt hier noch ein bisschen was dran. Hier unten drunter, dass man halt hier wirklich so eine grüne Landschaft hat, die überall hingeht. Dann machen wir da so eine Hütte hin. Wir müssen da bloß halt gucken, dass wir den Ein- und Ausstieg so ein bisschen mit schick mit einbauen, Josef. Mhm. Dass der halbwegs gut aussieht. Aber da gibt es ja bestimmt einige Ansätze, die wir da wählen können. Finde ich aber, sieht so, guck mal, wenn du es hier hinsetzt, so nicht schlecht aus. Hier noch so Coco-Beans hin. Da hat man halt durch diese Palmen, die wir hier bauen, überall immer noch genug Möglichkeiten, nach oben und da rein zu gucken. Das ist ja ganz wichtig. Und ich glaube, das sieht halt auch für die Delfine ganz cool aus, wenn wir hier einfach ein bisschen rumdoktern. Das Problem ist, du müsstest halt, du darfst hier oben keine Berührungspunkte zur Technik haben, weil da wird alles mit Wasser geflutet gleich. Weil es wirklich wie auf so einem Steg aussieht, dann, Josef. Mhm. Ich mache folgendes. Wenn es ja keine Missverständnisse gibt. Ja. So, gucken wir mal, dass wir hier das nochmal so ein bisschen auffüllen, damit wir einmal sehen können, wie das hier aussieht. Dann muss ich gleich mal mit. Ich ziehe unten in den Boden eine Bedrockfläche ein. Auf diese, die darfst du nicht unterschreiten. Ja, das ist gut. Das sollte ja nicht viel sein. Das wird, ich werde hier nur eine Schicht mit Wasser machen, dass es so aussieht, als wenn das auf Stützen ist, die ganze Hütte. Hä? Wo ist der denn denn? Haben wir den gerade abgebaut? Ah ne, wahrscheinlich Josef. Zack, zack. Das kommt hier hin, hier hin, hier hin. Und dann haben wir hier doch schon einen ganz schicken Wildwuchs, der hier um die Insel herum geht. Und so dann nochmal ein bisschen hier für extra, ja, Stimmung ist das falsche Wort, aber für einen interessanten Look sorgt, würde ich sagen. der Josef auf dem Fahrgeschäft. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. So. Ah ja, das sieht cool aus. Das ist vor allem auch mal ein ganz, 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 ganz anderer Look, als wir den hier irgendwo im Freizeitpark sonst haben. Feierlich. Guck mal, Josef. Hier, komm mal zu mir. Boah. Der wilde Pirate. Guck mal hier von der Seite, so wird das dann überall ringsherum aussehen. Ja, gefällt mir. Ich glaube, das wird ganz cool werden, wenn wir das so bauen. Hi. Ja, gut, Leute. Ihr seht, wir kommen hier voran, haben hier viele Design- und Ideenprozesse, die wir hier so umsetzen. Wird was ganz anderes werden, als das, was wir sonst haben. Mit dem Piraten-Chafier im Hintergrund ist natürlich auch eine Sache, die richtig, richtig cool wirken wird. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ja, macht richtig Spaß, Josef, kann ich nur sagen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso. Ich sage an der Stelle jetzt danke fürs Zusehen und morgen geht es dann bei Josef weiter. Ciao, Leute. Tschüss.